Hallo, YouTube! Hallo, willkommen zurück zu E-Tex2-Folge Nummer 15! Wisst ihr eigentlich, dass wir wahrscheinlich die Hälfte des Spiels schon überschritten haben? Ja, so ungefähr, ne? Wir sind wieder eins. Ja, jetzt. So, wir sind jetzt hier im Kuckucksuhrwald oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, unsere Holzfiguren sind ja dahinter gefahren. Und wir müssen da irgendwie hinkommen. Na dann. Zurück können wir nicht, also müssen wir ja wohl hier lang. Ich will zurück! Nein, ich bleibe beiseite. Komma! La, la, la. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. La, la, la. Ich komme! Achso, wir haben ja noch, haben wir noch unsere, nee, wir haben unsere Fähigkeiten nicht mehr, oder? Nein, wir haben momentan nur noch unseren Seilarm. Oh. Ja, wir müssen uns zurückkommen zu unseren realen Fähigkeiten, schnell wie möglich. Don't stress mich. Zeit ist eine Illusion. Es ist nur jetzt. Ja. Kannst du es? Es ist nichts anderes als jetzt. Alles passiert jetzt. 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 Oh, ja. Ich kann es. Du bist sehr wunderschön. Jetzt. Jetzt. Hey, Buck! What's that strange fear over there? Ja! My friends, you have to figure out yourselves! Woo! We are not his friends. Hey, Cody. I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. Nein. Ja, intervenierte Steuerung. Introvertierte meinst du, ja? Ja. Ich weiß auch, wenn ich das jetzt, warte mal, fliegen. Zu welchem Turm gehen wir denn zuerst? Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin oben. Ich würde sagen, wir gehen hier rechts zu dem, oder? Okay, also A ist hoch. Oh Gott. A ist hoch. Oh, der. Da, da. Die ist runter. Was weiß ich? X ist flitzen. Oh, okay. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch noch irgendwas auf uns warten in der Luft, wenn wir sowas können, ne? Ja. Schau an die Tür! Wir können auf ihn landen. Ja! Wo bin ich denn jetzt hier runter? B. Okay. Zack. Was ist das? Es ist hier schl- Es sieht aus wie Schlangenraue da im Boden. Ich glaub, das sind... Ich glaub, das war mal ein Muster. Ich glaub, das ist so intrigant. Ich wundere, was sie sind. Bitzel lösen. Oh. So, okay. Was machen wir denn hier? Katze. Hier irgendwelche Hinweise für irgendwas? Also. Sonne, Mond. Hund, Katze, Wespe, Vogel. Was passiert denn, wenn wir das machen? Wir haben ja bisher nur die Wespen kennengelernt, in-game. Also, ne? So. Ich glaub, wir müssen erst mal noch ein Stück weiter. Aber hier geht's ja nicht weiter. Ne, ne, hier hinten. Oder? Ach, da. Nein, da geht's auch nicht weiter. Aber hier, warte, ich kann die Zeit zurückdrehen. Okay. Dann gibt's die Brücke wahrscheinlich. Da kannst du gucken gehen. Bäh. Achso, warte. Ne, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur die Brücke beeinflussen. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt weg... Ja, ich... Okay, alles klar. Warte. Wir haben die Tappe wieder. Okay, dann lasse ich die Brücke einstürzen. Aha. Okay, und dann geh... Ich geh zurück hierhin und du sagst mir, was ich hämmern muss. Warte mal, was haben wir denn für eine Uhrzeit? Um eins, um zwei? Um vier, um sieben, um fünf, um neun. Müssen wir die jetzt in eine bestimmte Reihenfolge noch bringen? Aber wir müssen sich erstmal in der Reihenfolge probieren, wie die da sind. Dann Biene. Äh, der rote Vogel. Die Katze. Der Hund. Mond. Und Sonne. Okay, jetzt passiert nichts. Also die haben alle kurz aufgeleuchtet, wo du draufgesprungen bist, aber... Ähm... Neun, um fünf, um sieben... Warte mal, passiert irgendwas, wenn ich die Zeit zurückdrehe von der Brücke? Nee. Nee. Passiert nichts. Wir hatten es draußen bei der Uhr, hatten es doch, glaube ich, kurz vor fünf, oder? Letzte Folge. Ich... Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Komm, du kommst dort ja jetzt auch nicht mehr raus, ne? Nee. Wenn wir hinten anfangen. Sau machen. Also Sonne. Mond. Hund. Katze. Und die Biene. Ah, warte, 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 warte mal. Spring doch mal bitte auf die, auf die, auf die Biene. Auf den Vogel. Die Katze. Mach nochmal bitte. Das ist alles gelb. Der Hund. Der ist rot. Okay, also die ersten drei sind richtig. Okay, ja, dann ist, ist Mond, Hund und Sonne. Warte, wir fangen nochmal vorne an, würde ich sagen. Warte mal, eins, zwei, vier. Ja, mach mal. Dann ist es die Uhrzeit. Dann mach mal Biene, Vogel, Katze. Biene. Vogel. Katze. Warte, dann kommt, halt, warte, dann kommt der Mond. Dann der Hund. Und dann die Sonne. Dann ist es einfach wirklich tatsächlich einmal die Uhrzeit. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. So. Hallo. Hallo. War das schon der erste, der erste Turm fertig jetzt? So aus, oder? Mehr können wir nicht machen, gerade, oder? Oh. Äh, what is happening here? Propeller Bean? Wir müssen die benutzen, um das auszuschalten. Ich glaube, wir müssen fliegen, die auf uns locken und dann dort... Oder wo sind die denn erst? Ja, aber wir können die irgendwie... ...greifen. Wo sind die denn? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt der Turm da? Ach, da, hier oben. Ich hab die hier oben gar nicht gesehen. Jetzt kommen wir zum anderen Turm anscheinend. Das ist cool. Das ist ein... Also, das ist nicht so ein... Nicht so eine Stresssituation. Ja. Seitdem keine introvertierte Steuerung. Okay. Blau? Jetzt ist grün aktiv, wahrscheinlich. Okay, wir müssen oben mit dem Zeiger rüberspringen, oder? Das ist nicht. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Gucken mal. Oh, es ist noch nicht rot. Jetzt... Ich war noch... Es war noch nicht blau. Okay, wir müssen aber definitiv in der Luft sein, weil es schaltet sofort um. Ich war schon wieder zu früh. Ach, okay. Wir ändern uns alle an Ori. Aber Ori war wirklich... Also, da ist das hier alles ein Witz dagegen. Ich gucke heute irgendwie immer auf deine Seite. Das ist gefährlich. Oh, ich kann hier... Ah! Das bin ich nicht so dazwischen. Etwas wieder herstellen. Kannst du rüberlaufen, wahrscheinlich. Du musst es mal kurz... Ja? Ah, okay, warte. Du musst da rüber. Wir brauchen erst mal blau. Blau ist jetzt. Wo ist rot? Oh, stimmt. Du musst das blau... Du musst das eine rote auf grün ändern, oder? Du kannst irgendwie die Reihenfolge ändern. Genau. Warte, lass erst mal so. Ne, bleib doch... Bleib doch stehen. Ja, dann kommst... Aber dann kommst du... Dann kommst du... Dann musst du dann aufs blau, wenn ich durch bin. Weißt du? Okay. Du hast jetzt das hier auf grün geändert? Ah, Entschuldigung, ich dachte... Ich dachte... Du musst dir sagen, man ist... Du sagst mir am besten, wann ich loslaufe. Jetzt kannst du los. War ich blau, 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 blau? Sehr gut. Here we go. Easy. Ich kann die... Ah, jetzt muss ich für dich die Zeit zurückdrehen. Was brauchst du zuerst, Blau? Ah, ich bin runtergefallen, Gott. Bin noch... Warte mal, ich muss mich erst mal da rüber schwingen. Ähm, aber... Achso, dann muss ich in die Richtung... Ne, du musst... Kannst du nochmal irgendwie die Zeit loslassen? Oder warte mal. Warte mal. Komm, dann nämlich nicht... Warte, doch. Jetzt, jetzt geht's, alles gut. Warte. Kannst du lassen. Toll, ernsthaft? Ich bin drüber geflogen. Kannst du mir da nochmal zeigen, welche Reihenfolge du brauchst? Blau, rot, rot, grün. Okay. Also, es ist auf blau. Okay. Hier, es ist rot. Und... Äh, das war eine Sekunde. Nochmal, warte. So, blau. Okay. Rot. Und... Grün. Perfekt. Machst du's schon? Ja. Oh, wir sind voll gut. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, wir spielen echt so als Team gut zusammen. Bis jetzt. Ja, also, man muss sagen, wir haben selten große Aussetzer und Probleme. Ich glaube, wir kommen ganz flüssig auch durchs Spiel. Ja, ich glaube, das einzige große Problem war halt wirklich, wo ich an dieser Tür stand, wo ich mich nicht durch hier mit meinem Klon. Ja, aber... Das war das Größte bisher, oder? Wo sind unsere Vögel? Ja, klar. Müssen wir jetzt wieder Bomben schießen, oder? Ja, aber ich glaube schon. Dann müssen wir das mit der großen Kuppel aber auch machen, oder? Ja. So, aber was machen wir denn jetzt? Ja, die ist gegangen. Oh, guck mal, unsere Figuren sind dort reingegangen. Hä? Wo? Da unten, die gehen dort rein. Ach, da, ja, die gehen dort rein. Die stehen dort. Also, ich kann hier auf jeden Fall die Zeit zurückdrehen, dann kann ich es bestimmt hochfahren, das Ding hier. Okay, manchmal. Ja. Das ist gerade irgendwie... Hier ist eine Tür aufgegangen. Äh, oh. Aber da kommen wir nicht, das ist nur so ein... Na, warte, das kann ich auf der anderen Seite bestimmt auch, und dann geht das hier irgendwie... Auf. Ja, genau, das war... Ah, unten, die Zeiger müssen beide hoch, oder? Das ist, wo die hin müssen. Oder in die Mitte, genau. In die Mitte. Ja. Oh, der drückt sich wieder zurück. Der hat sich zurückzudrehen. Okay. Ähm, okay. Ähm... Ich kann nichts mit der Zeit machen? Ja, auch nicht so. Warte mal. Kannst du irgendwas mitmachen? Äh, öh. Äh. Ich kann meinen Klon hier hinstellen, und dann? Das bringt mir aber nichts. Wir kommen ja hier auch nicht hoch. Okay, das ist jetzt so... Wie war das gerade? Wir sind bis jetzt gut durchgekommen? Ich würde gerne, wir können vielleicht hier so... Äh. Äh. Ich bin gerade, wäre nicht verwirrt. Wir haben auch keine Waffe und nichts, was wir nutzen können. Ey, das geht auch nicht. Ich habe versucht, mich dahinter zu glitschen, weißt du so? Ja. Wie ich den Klon hier abstelle. Jetzt? Ey. Ja, ich versuch's gleich am Anfang nochmal, dahinter zu kommen. Okay, ja, ich bin hinter. Was ist das? Das sind Bomben, oder? Nee, Spitzackmäuse. Ja, aber... Ich glaube, es geht nur die, oder? Ich glaube... Oder? Ja. Doch in die Richtung, oder? Scheiße. Anscheinend? Boah, mir wird gerade schwindelig. Hä? Was fast ändert sich denn hier überhaupt? Wenn wir hier drehen. Wollen wir mal ein Stück vor? Ich sehe nicht, dass sich hier überhaupt irgendwas ändert. Hat sich hier unten ändert... Oder? Täuscht das? Guck mal, hier kommt Licht. Nee, das täuscht. Nee, das täuscht. Aber guck mal, hier, die Dinger drehen sich... Haben die sich erst schon gedreht, die Zahnräder? Ja, ich glaube. Warte, in... Warte mal, hier ist der Eingang. In welche Richtung dreht sich ein Ohr? Wenn ich ein Ohr drehe... Na, in Uhrzeigerrichtung ist... So. Naja, dann machen wir das jetzt auch mal so. Ah. Hä? Wir haben erst das gleiche gemacht. Wahrscheinlich haben wir nicht weit genug gedreht. Keine Ahnung. Äh. Oh Gott, no. Klasse, solche Jump'n'Run-Level. Au! Was ist... Was ist hier was? Musken die da Boden weg irgendwie, oder? Aber es sieht richtig gut aus, die Uhr. Ja. Wir können auch nur rennen, wir können nichts springen, nichts machen. Äh... Ja, wieder im Uhrzeigersinn, gell? Ohaah... Ohaah... I don't like the look of that guy. Relax. He can't move. I thought he's there just for decoration. ich da stehe gibt nicht mehr so warte mal was hat jetzt gesagt mit schlüssel also also hier muss aufgehen hier ist eine eierohr dran hier muss doch so ein stecki ding sie reinnehmen was wir gerade gedreht haben und da drüben auch guck mal hier sind doch so schien haben wir denn da hinten jetzt geht das weg da kann ich die zeit zurückdrehen die plattform für dich ich werde jetzt bestimmt runterfallen kannst du dort auf den hahn aber das dreht sich ja es hilft ja nichts wenn wir so machen oder musst du irgendwo ein klon hinstellen der dort mal ein klon hin vielleicht bleibt er in der luft ja der bleibt in der luft ja gut dann müssen wir mit dem klons arbeiten genau so warte stopp okay Warte, warte, warte. Oh mein Gott! Ich wollte nur nicht, dass der am Rand steht. Was, stopp? Hast du das? Okay, fällst nicht durch. So, das stopp jetzt nicht hier, glaube ich. Oh nein. Ich bin noch nicht ganz unten. Wo kommst du da drüber? Warte mal, ich... Ah, warte, warte, warte. Okay. Weißt du jetzt nicht, wo du... Ah, ah! Ah, du musst hier oben im Klo... Ah, okay. Warte, ja, warte, stopp. Äh, nee, das wird hier. Ich bin noch ganz hoch. Okay, ja, da. Okay, ja, da. Was ist da? Äh, rüber? Warte mal, was ist denn, wenn ich... Okay, das ist... Warte mal. Du musst hier unten... Hier einen Klon hinmachen, glaube ich. Dann in den Klon und nach vorne auf die Plattform? Ja, aber kann ich nicht einfach... Ja. Ähm... So, dann kann ich so machen... Aber ich muss irgendwie in dieses Rad da drüben rein, oder? Nee, warte, stopp, warte, warte, stopp, stopp, stopp. Ich hätte nochmal vorspringen müssen, oder? So, okay, warte, jetzt muss ich hier drauf. Okay, jetzt musst du drehen, glaube ich. Ich habe halt hier so eine dumme, eingeschränkte Sicht bei mir. Ja, ich sehe auch gerade nicht, okay. Doch, aber das funktioniert, das schaffst du noch bis rüber. Nee, andere Richtung weiter. Warte, ich sehe gerade... Muss du das jetzt wieder zurück? Nee, nee. Okay. Dann kann ich ja hier eigentlich loslassen. Okay. Okay, und ich komme mit rüber. Huiii. Hopp. Oh, ich dödel. Ich hätte hier auch einfach mit der Schiene rüber können. Naja. Egal. Hä? Die wird... Wollen wir runter? Die Schiene... Ja, jetzt. Huiiii. Okay, dann kommt der jetzt hier rin. Jo. Und dann geht es hier noch drüben hoch. Aber ist die noch das Drehen schon, oder? Hm. Wollen wir nicht hinterher... Okay, dann drehen wir schon. Ich weiß es nicht. Wir können schon drehen. Ich will mal wissen, was passiert. Okay, mehr geht nicht. Okay. Er guckt auf jeden Fall jetzt runter. Okay. Oh, hier kann ich viele Sachen Zeit zurückdrehen. Hä? Wo? Wo ist der Schlüssel? Da, da oben im Käfig. Also, ich kann hier hinten, kann ich was drehen. Okay, mach mal. Da passiert... Okay. Dann kann ich hier sowas drehen. Warte, dann muss ich da hoch. Warte, lass mal. Bäh. Okay. Dann kann ich hier sowas drehen. Ja, mach mal. Ah. Ich... Okay, dann müssen wir hier unten nochmal. Tut mir leid. So, dann hier. Warte mal, aber dann geht die Plattform... Dann geht die Plattform... Ich kann auch sofort loslassen, dann ist es auf Werkseinstellung. Ja, warte. Also, und... Okay, lass los. Ah! Das hat... Okay, das... Oder kannst du dich dort oben dranhängen? An das Ding? Ja, ich glaube, ich muss mich da dranhängen. Nee, warte, dann müssen wir erst hier unten ja wieder... Sorry. Alles gut. Klingt das Sinn? Warte. Aber ich kann... Kann ich mich da dranhängen? Warte mal. Huch. Ja, oder du musst einen Moment warten, weil die Plattform ist ja noch einen Moment da, wenn ich loslasse. Weißt du? Ich lass mal los. Ja. Okay, okay, ja. So, und hier oben... Was passiert da? Ah, okay. Okay, warte. Okay. Und hier ist das mit den Scheren jetzt. Ah, du musst den... Warte, du musst das... Du musst das Seil durchschneiden. Ah. Warte. Noch ein Stück. Okay, weiter runter kann ich nicht. Okay. Ich kann jetzt das Ding hier hoch und runter. Lass mal fallen. Nochmal. Nochmal. Musst du den vielleicht kaputt machen? Wieder kaputt? Ah, warte mal. Warte, 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 komm ich da drauf? Nee. Ah, warte, Idee. Warte. Ah. So. Warte, jetzt war ich wieder hoch? Nee. Du kommst ja mit dem. Du kommst jetzt wieder raus. Ah, warte. Hoch. Ah. Dieses Spiel, ey. Das ist das... Ah, ist das so abwechslungsreich, das Spiel. Und nichts ist irgendwie doppelt. Und... Das ist... Das ist einfach... Genial. Punkt. Das ist einfach... Fuck, dieses... Ich hab gestern einen Artikel gelesen im Internet. Da haben die Entwickler gesagt, das nächste Spiel wird noch besser. Oh. Das glaub ich denen sogar. Okay, jetzt drehen wir ihn. Ah, jetzt guckt er gleich Richtung Tür und dann... ... würde die Tür auf... Ah, warte, wir müssen den Stock dann da drüben nochmal, oder? Hä? Das bin ich jetzt runtergefallen. Jetzt müssen wir den Stock nochmal runterdrehen. Ah, die sind mega, ey. Oh. Sieht aus wie eine Arena. Ja. Oh, und die Zeit. Oh. Was ist das? Ich weiß nicht. Oh, es ist leid. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Ach du Kacke. Ziehen wir den jetzt noch durch den Kampf, diese Folge? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht. Nee, wir machen den nächste Folge. Ja, okay. Weil ich befürchte, wir brauchen eine Weile, bis wir den erstmal verstehen. Ähm. Ja, also wir verabschieden uns aus dieser Folge. Und wir sehen uns nächste Folge sehr gern wieder. Danke fürs Zugucken, YouTube. Und nächste Folge geht's ab. Mit dem Kampf. Ja. Also YouTube. Hau rein, YouTube. Bis dann. Tschüss. Tschüss.